Okay, willkommen zurück zu Let's Play Raymond 3. Wir fortsetzen das Spiel. Wir setzen das Spiel fort. Nach einer langen Pause von Raymond 3. Oh mein Gott, das ging sehr lange. Jo. Los. Hopp, zuck. So. Oh, oh. Oh mein Gott, was sind das für Fischer? Sieht komisch aus. Die haben keine Hüte. Das ist nicht normal. Oh mein Gott, oh mein Gott, was? Oh, ein Rieses Teil mit einem Dollarzeichen. Oh Gott, was hat das zu bedeuten? Das habe ich schon erklärt. Wo war ich? Oh mein Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh, da kommen ganz viele Brandias. Oh, der hat gerübster Plastik. Ich habe es gehört. Okay. Was müssen wir hier tun? Wir müssen diese Typen überraschen. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich bin da Karten. Ich bin da einfach so Karten. Jetzt nicht mehr. Haha, ich habe ich beim Karten spielendiert. Okay, jetzt kriegen wir so eine Dosen, dann können wir diese Klinge kaputt machen. Und dann sterben die. Okay, hier rüber kann man. Da hat es, glaube ich, allen können. Ich sehe ja genau da drüben. Dann öffnen wir jetzt. Oh mein Gott, zwei Gegner. Smash. Okay. Und jetzt haben wir diese so coole blaue Dose. Das ist sehr schön. Damit können wir blaue Sachen machen. Ne, nicht, damit können wir diesen Typen da bekämpfen. Ganz stark sind wir. Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch. Los, stirbt schon. So, der lässt einen solchen Lungen da erscheinen. Oder so. Darum gibt es noch Punkte oder so. Warum nicht? Ne, doch ein Käfig, cool. Habe ich den schon nicht, weiß gar nicht. Ich habe ja, okay, ich habe den noch nicht, den habe ich nicht gesammelt, weil ich habe ja aus Versehen nicht ausgenommen richtig und da habe ich jetzt ein bisschen. Okay, da gibt es noch eine Dose, auch egal, auch gut. Okay, wie ich es immer gut. Und so, eine Idee ist es auch wieder gefüllt worden, wenn er das gemerkt hat, weil ich habe das nicht erwähnt. Wupp-Wupp-Wupp und jetzt geht weiter ein 70 Punkt, das ist ja schön. Prozent, meine ich nicht. Und speichern, oh mein Gott, wie schön, das speichert, das speichern immer wieder. Speichern vollkommen erfolgreich. Okay, jetzt geht weiter. Wo sind wir her? Was geht ab? Oh mein Gott, die Quirk haben sich gegenseitig, da muss ich gar nicht mehr, oh, wie schön. Da, da, da. Oh, ich sehe, die haben die Blumen, der gerade links durchgeflogen. Ja, und auch wenn die Blumens zu schwach sind für diese Gegner, ich sehe, ich bin zu gut. Okay, jetzt noch ein. Stopp, schuldig, schuldig. Okay, gehen die denn was? Na, wo muss ich hin? Ich habe hier Rüben, ich habe es einen coolen Pils, und da sollte es, ja, einen blauen Leben, einen blauen Roboter-Ding, hier hat es ein Typ, der schläft und ein Käfig, das wäre der Typ, der gewesen, den ich schon habe, einen, der nicht schon habe, ich glaube, ich habe schon bisher alle gesammelt, die ich da gesammelt habe, aus Versehen, naja, okay. Okay. Ach, doch, das ist so komisch, erverbte seinen Stern. So, jetzt geht's weiter. Was erwartet uns, ah, man hat, oh, schon wieder so Hände, ich töte dich. Okay, hier drüben kann ich jetzt nicht machen, weil wir brauchen so komisch in Ding. das sind wir brauchen die Grüne Laserreinigung und die Tatrünge alle ergerückten Richtung was ging das Wort das wusste ich gar nicht danke dass er mir sagt klar wusste ich dass ich nicht aber ich bin so gut ich habe jetzt noch keine Schande genommen glaube ich okay jetzt haben wir wir können die erste Rüge gehen ich glaube wir mann ins Leben das ist interessant hier ich freue mich schon auf den nächsten Boss Gegner die Sennähe wird irgendwann mal erscheinen die Kinder jetzt gleich bald irgendwann mal weil erst mal hier diese Tübe sagt er sagt aber da kommt einer mit dem Boden hat er mich betroffen hat noch Stier die von diesen kleinen Jahren das habe ich schon vergessen okay jetzt müssen wir auf den nächsten Warten der kommt da mit dem Boot der hat nämlich einen blauen Geräse Reinegar und den brauchen wir für den Dings komm guck ich kann rückwärts und dumme warum Maschinen so smash, gram und boom, bam der ist tut da gibt es noch ein, oh mein Gott da sind wir zwei auf dem Boot, das gibt es doch nicht, zwei auf dem Boot, das geht doch nicht das dürft ihr nicht tun das ist illegal, zwei auf einem Boot das kann man nicht, oh da kommt einer hier dreimal Gramm und dann sitzt ich tot ja, und der voll die Kamera hat sich gedreht ist das da drin, Energie, nicht schlecht so, mal schon runter hoch, denn ich so abschließt fertig und wir haben erst vier Minuten irgendwas und es speichert wieder, oh mein Gott, das geht so, ne ich, es speichert immer wieder hm, da 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 ja ich kann ein bisschen, wenn man einen Ferien erzählen, aber das habe ich keinen Bock zu weil das war ich will nicht sagen, langweilig, es war sehr cool, sehr schön, aber halt aber Badeurlaub, da gibt es nicht viel zu erzählen, da gibt es nur, oh, so war ein cooler Strand, war schön saubernd so ja, wenn ich will da hoch, oh mein Gott, so genug von meinem real life wir kämpfen jetzt gegen Loom, den wir schon tausendmal solchen Looms Sieg haben ist das, das ist denen egal, den ich glaube die schicken einen tausenden neue ein bisschen, Punkte können nicht schaden mal die einzusammeln so oh mein Gott, der hat mich halt voll erschrocken dabei wusste ich doch, dass der da ist okay, hier können wir jetzt später hin weil wir brauchen einen grünen Laserreiniger gut merken grünen Laserreiniger der hier lässt nun mal so Techno-Dings, ich weiß nicht, wie ich dem sagen soll, diesen Haken da, die Fliegen okay, jetzt haben wir einen grünen, jetzt müssen wir zurück, ein bisschen backtracking sehr spannend okay, hier, zack bup, bup, bup so, okay, oh, hier ist ein kleiner Abschnitt oh mein Gott, habt ihr jetzt gesehen, das war von komisch gerade und der versteckt sich natürlich auch dahinter ich hätte vielleicht erst den besiegen können okay, da drüben ist ein Käfig so das wäre der vierte oder so der dritte oder der vierte, bis in diesem Video schon oh mein Gott Hilfe habe ich Hilfe gehört? warte jetzt mal gibt es ja noch einen Käfig habe ich mich wohl verhört naja, geil gehen wir weiter der blaue Anzug hält lange genug ah, da, okay ah, den habe ich aber auch schon gehabt was gibst du mir? gib mir ganz viele Öl-Scheine jetzt muss ich gleich zurückkommen zum Glück hält der blaue Laserreiniger so lange oh mein Gott, ah, die die Branias reißen mich oh mein Gott, nein oh, was für ein Fail was für ein Fail war das okay, weiter geht's Mensch, dann gibt's hier Energie ah, wir haben zwei Gegner ich wollte erschrocken okay, hier geht's weiter ich glaube wir müssen hier rüber um einen grünen Laserreiniger zu kriegen um diesen blöden Typen zu töten okay, da schu, schu, schu looii so, gib mir einen grün Laserreiniger ach so, jetzt kann ich diese Nerventypen töten oh mein Gott, geh weg so, zack hier ist drüben noch einer hier drüben hier drüben hier drüben zwei zwei Gegner stirbt schon es mächtig hat ich hab ihre Füße gekickt und es geht auf das Tor sehr gut, das können wir da rein in diese Villa dieses komische Teil und da erwartet uns etwas ganz grausames 90 Prozent der sehr schön so, oh, speiert schon speiert erfolgreich so, und was war der Warten denn hier? verloren ist wer wagt mein Reich zu was? sicher nicht lass ihn uns gebühren dämpfen oh mein Gott, was ist das wenn Teil ähm, ja wir haben noch eine Minute ich werde dann bisschen zoomen wo dieser Typen ist, okay oh, und das ist unser nächster Gegner den müssen wir besiegen so, wenn wir den angreifen macht er so, der flippt aus oh mein Gott, ah, der flippt aus und dann macht man ein bisschen so und hier kommen diese Stacheln Dinger oh, voll der Gegner, ey voll spannend und hier diese Typen wenn man die befreit geben die ein, Energie jedes Mal, wenn man durchläuft das respawnt hier, Energie, seht ihr? sehr gut äh, hier in diesem Ort hat es glaube ich ein Käfig nur den hole ich mehr wenn ich ihn wenn ich dann da durchlaufe wo es ein Käfig hat es hier korrigiert mich, wenn ich mich irre oh, ein bisschen Energie ausladen warum nicht okay er sollte gleich wieder auftauchen oh nein, jetzt kommt so das Teil da muss man sich hinter diese Dinger verstecken sonst tötet er einen das zieht ziemlich viel Energie ab oh, da hat er gar nicht dreimal geschossen nein, normalerweise schießt er dreimal ich weiß nicht, was da grad war okay, gehen wir herunter dann zahlt er gleich wieder ne, komm da nicht er hasst mich oh komm, jage mich, Mann hast du Angst vor mir? ups, geh hin okay, da komm da wieder okay, da komm da wieder und versuch den am besten immer mit aufgeladenen Schissen zu treffen und dann einfach drauf schießen, so wie das geht oh, da hat mich getroffen, diese Mien okay, gehen wir oben durch weil da gibt's einen Käfig, glaube ich ich muss mal auf die Zeit achten wir haben schon fast 10 Minuten ich glaub das reicht noch um diesen Kampf den ersten Teil von diesem Kampf fertig zum einen nämlich so wie der grad jetzt ist oh, komm, komm ich will nicht dreimal wo bist du wenn er läuft kann man ihn auch kriegen aber das ist ziemlich schwer okay, und hier ist der Käfig wir seht ihn komm ich davon dahin ne, ich muss glaube ich runter ah, ich hab ihn nicht getroffen okay, den kann man auch von hier unten treffen aber wenn's dann mal ginge hallo, ich will einen Käfig treffen hallo, ich will einen Käfig treffen hallo, ich will einen Käfig treffen so, jetzt hab ich ihn der, der, zack der gibt einen diesen Edelstein ich weiß nicht ne, da hab ich keinen Bock drauf ok, doch, der hat ihn schon gespawnt da gehören laba, laba ok, ihr sollten ah, da kommt der treffend an ok, da war ein kleiner Viecher die will ich befreien, diesen Lieb die haben wir nicht getan man sollte ihn vielleicht mal vorauslaufen lassen weil, wenn man in einen Raum kommt wo auftauchen könnte und man ihn hört da kommt er nicht da läuft er weiter wisst ihr ok, Leute grrrr ich glaube es reicht doch nicht um in den Kampf zu werden darum mach schöne Pause treff auf den nächsten Mal danke für's schauen bis zum nächsten Mal tschüss